Kapitel 9 Gedanken und eine Entscheidung Nicht, mein Vater könnte uns sehen. Kümmert dich das? Ja, ich würde dich gerne formal vorstellen und will nicht, dass er dich das erste Mal sieht, wenn du mich in der Öffentlichkeit küsst. Sagt man nicht immer, wenn man verliebt ist, wären solche Dinge egal? Das sagen die Dichter, aber mein Kopf funktioniert noch sehr gut, auch wenn ich dich über alles liebe. So etwas kann zu einem Skandal ausarten und du weißt, wie schlimm das in den Kreisen der Adligen sein könnte. Ach, na gut, was hältst du denn davon, mich deinem Vater dernächst vorzustellen? Er könnte auch meinen Vater kennenlernen und dann darf ich endlich um deine Hand anhalten. Lass mich eine Nacht darüber schlafen. Wenn wir uns morgen treffen, sag ich dir dann, wie es aussieht, ja? Gut, in Ordnung. Hey, was habe ich dir übers Küssen gesagt? Och komm schon, nur noch einer. Du bist unmöglich. Dafür liebst du mich doch. Auch wieder wahr. Lucius war müde. Tod müde. Er hatte fast die ganze letzte Nacht nicht schlafen können. Sein Kopf war einfach viel zu voll mit Gedanken gewesen. Er hatte über den Traum nachgedacht. Dann über die Lichtkugeln, die ihm den Weg gezeigt hatten, ihn gerettet hatten, zu denen er irgendeine merkwürdige Verbindung hatte. Und warum tauchte die Farbe Gold eigentlich in letzter Zeit so häufig auf? Goldene Lichtkugeln, goldener Sonnenaufgang, goldene Blumen, goldene Haare. Warum hatte Styrius in seinen Träumen immer ein griechisches Gewand an? Das machte keinen Sinn. Er hatte Styrius nie in Verbindung mit Griechen verbracht. Styrius hatte auch keine Verbindung zu Griechen. Wobei, warum hatte er damals ein griechisches Lied gesungen? Styrius, ein grandioser Heiler aus Germanien, Kriegsgefangener, Sklave, fing auf einmal an, im Moment seines Todes ein griechisches Lied zu singen. Lucius hatte lange nicht mehr darüber nachgedacht. Er war immer viel zu traurig geworden und dann fiel seine Laune für die gesamte nächste Woche ins Wasser. Doch jetzt beschäftigte es ihn zu sehr. Seine Gedanken rasten nur so dahin und je mehr er dachte, desto mehr Fehler fand er. Vielleicht hatte es einfach nur daran gelegen, dass er in seiner jugendlichen Naivität nicht darüber nachgedacht hatte oder es nicht begriffen hatte. Keine Ahnung, aber es waren Fehler in seiner Geschichte. Er hatte Styrius bekommen, ganz normal als überflüssigen Nahrungsvernichter auf dem Sklavenmarkt. Doch dann ging es ja schon los. Warum hatte Styrius sofort Latein gekonnt? Latein war keine einfache Sprache. Germanien nicht gerade für seine hohe Bildung bekannt. Warum hatte er alles verstanden und akzentfrei gesprochen? Dann Fehler Nummer zwei. Styrius hatte gewusst, was in Rom gegessen wurde. Vom ersten Tag an hatte er Lucius Frühstück gemacht. Woher hatte er gewusst, was man bei römischen Familien zum Frühstück aß? Das war in Germanien doch anders. Seine Gedanken nahmen an Tempo zu. Wie hatte er ein Bad anrichten können? In Germanien wurde etwas benutzt, das man Seife nannte. Aus Milch und einigen anderen Sachen gemacht. Keine pflegenden Öle oder Essenzen. Wie hatte Styrius das am zweiten Tag gewusst, den er in Rom verbrachte? Und dann kam auch schon der nächste angeflogen. Kitara? Auf welchen Weg hatten die denn bitte nach Germanien in die Heilrituale gefunden? Lucius war lange genug dort gewesen, um jetzt genau zu wissen, dass eher Trommeln genutzt wurden. Vielleicht noch Sprechgesänge, aber sonst gar keine Musik. Das war eine Lüge gewesen. Eine Ausrede. Wo, bei Gaia, hat es Styrius Kitara spielen gelernt? Außerdem, woher hatte er damals den Mut genommen, seinen Reitlehrer anzuschreien? Natürlich war er wütend gewesen und Lucius fand es auch sehr süß, dass er das getan hatte. Es war nur normalerweise so, dass Sklaven eher eingeschüchtert waren. Und Styrius hätte ebenfalls wissen müssen, welche Konsequenzen eine solche Aktion einbringen konnte. Dann war da noch, dass Styrius ihn im Herbst und im Winter immer von der öffentlichen Schule abgeholt hatte. Lucius hatte ihm den Weg nicht einmal gezeigt. Styrius war einfach da gewesen, eines Tages nach der Schule, und hatte gesagt, dass er nun den Befehl habe, ihn immer zu begleiten. Lucius hatte sich keine Gedanken darüber gemacht. Doch wie hatte Styrius sich in Rom so gut ausgekannt? Fehler Nummer 5 Styrius konnte nicht kämpfen Jeder Germane bekam als kleines Kind als erstes das Kämpfen beigebracht. Auch das hatte Lucius während seiner Zeit im Militär gesehen. Wieso konnte er nicht einmal mit einem Speer umgehen? Das Training, das Lucius auf das Militär vorbereiten sollte, waren perfekt ausgelegt worden. Er hatte Lucius in genau den richtigen Bereichen üben lassen, die er später brauchen würde. Wie hatte er etwas von der militärischen Ausbildung bei der römischen Armee wissen können? Er hatte damals erzählt, dass er nur einige Tage in einem Lager verbracht hatte, bevor er nach Rom verschifft worden war. Ihre gemütlichen Lesestunden im Winter. Lucius hatte gesehen, dass Styrius nie zugehört hatte, wenn er vorgelesen hatte. Und trotzdem hatten sie sich später über die Commentari di Bello Gallico unterhalten, was auch nicht gerade die einfachste Lektüre war. Woher hatte Styrius diese literarischen Texte gekannt? Außerdem hatte Styrius, als er von seiner Vergangenheit erzählt hatte, niemals seinen Sohn erwähnt. Aber Run hatte schließlich existiert. Styrius hatte keinen Grund gehabt, nicht von seinem Sohn zu erzählen. Lucius hatte schließlich gesehen, wie lieb er ihn gehabt hatte. Warum hatte er niemals von ihm erzählt? Als er damals in die Provinz gekommen war, war das viel zu schnell gegangen. Natürlich, es gab glückliche Zufälle. Aber daran glaubte Lucius nicht. Styrius musste doch ein paar Tricks gehabt haben, zu ihm zu kommen. Wie hatte er das gemacht? Nächster Fehler, Heilkunst. Er war ein Meister darin gewesen, anders konnte man es nicht ausdrücken. Er hatte jede Wunde, jede Krankheit heilen können. Und irgendwie hat es immer ein angenehmes Klima im Lazarett gehabt. Keiner der Patienten hatte sich gefürchtet. Dabei war auch das in Germanien nicht üblich. Sie hatten nicht solche Methoden. Die Mittel, die Styrius benutzt hatte, gab es dort nicht. Und sie waren Lucius bis heute nicht bekannt. Woher hatte er all dieses Wissen? Und was mit seinem Sohn los gewesen war, wusste Lucius auch nicht. Der Kleine war niedlich, keine Frage. Aber im Verhältnis zu seinem Vater vielleicht doch ein wenig alt. Außerdem hatte er immer, wirklich immer darauf beharrt, dass Styrius ihn auch liebte. Gut, im Endeffekt hatte er recht gehabt, aber es war dem Jungen viel zu bewusst gewesen. Run hatte ein Bewusstsein wie ein erwachsener Mensch gehabt, wenn auch mit der Ausdrucksweise eines Kindes. Was war da los gewesen? Und zu guter Letzt waren alle drei verschwunden, nachdem Styrius gestorben war. Run, Tyra und auch Styrius selbst. Also sein Körper. Und das, obwohl sie die Germanen eigentlich in die Flucht geschlagen hatten. Sie hatten keine Chance gehabt, die drei zu holen. Außerdem war Styrius aus ihrer Sicht ein Verräter. Hatte er doch einem Römer das Leben gerettet. Jetzt, wo Lucius darüber nachdachte, war noch jemand verschwunden. Als er nach Hause zurückkehrte, hatte er Aurea nie wieder gesehen. Die hübsche, außergewöhnlich gefärbte Stute war ebenfalls spurlos verschwunden. Wo waren sie alle hin? Lucius stöhnte gequält auf, als er schon die Sonne herauskommen sah. Er hatte kein bisschen geschlafen. Es war alles viel zu verwirrend gewesen. Todmüde erhob er sich also wieder aus seinem Bett und rief die Sklaven, die schon wach waren, um sich einzukleiden und zu frühstücken. Schließlich saß er mit den angesammelten Daten in der Sänfte, die ihn in die Stadt bringen sollte. Er würde als erstes zu den Bauunternehmen gehen, mit dem er die letzten Aufträge besprechen musste. Wenn das erledigt war, musste diese nur noch durchgeführt werden. Dann war von den Veranstaltungsorten hier alles vorbereitet. Dann müsste man nur noch die Einladung schreiben und die Spiele offiziell dem Volk ankündigen. Lucius freute sich jetzt schon auf den Tag, an dem er sich endlich auf die Tribüne setzen konnte, um den auftretenden Künstlern in aller Ruhe zuzusehen. Später, nach den Besprechungen, hatte er noch eine Audienz im Kaiserlichen Palast. Nero wollte wissen, wie es voranging. Danach würde Lucius schon nach Hause können und er hatte sich auch nicht mehr vorgenommen, in der Hoffnung, etwas Schlaf von der letzten Nacht nachholen zu können. Apollo atmete tief durch. Er hatte sich entschieden. Heute würde er gehen, um Lucius zu sehen. Er musste einfach. Es war ihm egal, dass sein Vater es nicht gutheißen würde. Er hatte schließlich noch genug Gebete vor sich und musste der Pythar auch noch einige Weissagen zukommen lassen. Aber das war ihm gerade einfach alles egal. Genauso wie die Tatsache, dass er sich eigentlich in keinem guten Zustand befand. Die letzten Tage hatten ihn unfassbar müde gemacht. Viel Arbeit, wenig Schlaf und die immer noch anhaltende Belastung der großen Narbe auf seinem Oberkörper, die nach innen hin aus irgendeinem ihm nicht nachvollziehbaren Grund noch nicht ganz verheilt war. Auch die Magie war für ihn schwerer geworden. Er konnte Licht nicht mehr so leicht kontrollieren wie früher. Damals war es so ähnlich wie Atmen gewesen. Er dachte, es würde passieren und es passierte. Heute brauchte er Konzentration dafür. Bei größeren Aktionen bekam er sogar Kopfschmerzen. Diane machte sich darum große Sorgen, hatte auch schon seinem Vater alarmiert und auch die anderen Götter in Aufruhr versetzt. Jetzt behandelten ihn alle so, als würde er jeden Moment zusammenklappen. Apollo hasste es. Er war immer derjenige gewesen, der den anderen half, nicht umgekehrt. Das Einzige, was ihm noch wirklich Freude und keine große Mühe machte, war die Musik. Wenn er wieder einmal nicht vernünftig schlafen konnte, setzte er sich einfach auf eine Fensterbank mit Blick auf Rom und spielte ein wenig Gitarre. Es war beruhigend, viel besser als die besorgten Blicke, die er nun von allen Seiten bekam. Aber er hatte sich entschieden. Wirklich richtig entschieden. Er würde zu Lucius gehen. Heute noch. Und er würde ihm alles sagen. Alles. Er würde sich entschuldigen, dass er ihn belogen hatte. Ihm sagen, dass er ihn trotz allem noch liebte und gerne mehr Zeit mit ihm verbringen würde. Wenn Lucius ihn von sich stoßen würde, war das in Ordnung. Hauptsache, er hat es ihm gesagt. Und Lucius war weiterhin glücklich. Das war alles, was zählte. Das war alles, was zählte.